Willkommen zu einem neuen Webflow Tutorial. Mein Name ist Jonas Arlet und heute geht es mal um Tabs. Die braucht man ja immer wieder bei Kundenaufträgen. Das heißt eigentlich eine Unternavigation oder einen Bereich in der Website, wo der Content wechselt, ohne dass es einen harten Page-Reload gibt. Und da kann man verschiedenste Dinge dann drin verstecken. Es ist so, dass ich das ein bisschen langweilig finde, wenn es immer nur einen Farbumschlag von den Button gibt. Und das hier, wie der Button, der Hintergrund sich quasi bewegt, ist was, das habe ich mal so ein bisschen bei der Apple TV App zum Beispiel gesehen. Genauso gibt es sowas auch in der Art bei Material Design, dass sie das mit einer Unterlinie haben, die auch so cool immer rüber wandert. Und das bauen wir heute mal in Webflow. Ich baue in Disclonable, das du dir kostenlos auch dann duplizieren kannst. Das verlinke ich dir in der Videobeschreibung. Ich packe da noch ein Beispiel rein, wo wir dann eigentlich sowas hier mit den Linien haben. Dann haben wir das mal zusammen, falls wir sowas ähnliches bei Kundenaufträgen brauchen. Und ja, ich finde, ist es einfach noch mal ein bisschen mehr aufgewertet wie diese Standard-Tab-Navigation von Webflow. Schauen wir uns kurz an, wo du die Tabs findest. Das ist in den Components ganz unten. Da gibt es die Tabs. Ich ziehe mir hier mal eins rein. Aber es sieht im Prinzip ja gleich aus wie das, was ich jetzt hier oben noch mal rückgängig gemacht habe. Ein bisschen Content habe ich schon reingepackt. Genauso habe ich diesen ganzen Navigationselementen und so einfach schon mal Namen gegeben, dass das jetzt nicht so lange dauert. Hier kannst du sehen, dass wenn du jetzt einen Tab hinzufügen möchtest, dann müsstest du hier in die Einstellung gehen und immer Add machen. Und immer dann, wenn du quasi einen hinzufügst, mach das in der Navigation und genauso auch in dem Content. Ja, fügt er dann eins hinzu. Ist ein bisschen blöd, weil du kannst es jetzt nicht quasi Copy-Paste hier einfach einfügen. Dann siehst du, macht er den gleichen Tab nochmal und er kommt dann manchmal ein bisschen durcheinander. Hier hat er jetzt zwei auf einmal markiert. Ja, das heißt, wenn du einen hinzufügst, musst du diesen Tab und auch in der Navigation die Klassennamen dann wieder geben, die du eben standardmäßig jetzt hier ausgewählt hast. So, das als Info vorab. Lass uns anfangen, das Ganze so ein bisschen zu stylen. Und man kann doch in der Navigation auch einiges machen. Also das sieht am Anfang nicht so aus. Die sieht ja hier jetzt einfach nur so aus, dass sie so einen ganz normalen Farbumschlag hat. Aber wie du im Beispiel ja vorab gesehen hast, kann man da schon ein bisschen gestalten. So, machen wir jetzt mal mit dem Tabs-Menü. Nehmen wir mal, geben dem Ganzen einen Hintergrund. Vielleicht irgendwie so in die Richtung. Und dann geben wir dem auch so ein Padding. Ja, ein bisschen mitten-Innenabstand. Dass wir die jetzt nicht hier ganz so nah ranquetschen müssen. Vielleicht mal ein EM außenrum und so 0,6 oben und unten. Vielleicht auch eher 0,7. Wirst du gleich sehen, das wirkt ein bisschen anders, wenn wir das Ganze nochmal abrunden. 9,9 EM. Und dann haben wir hier schöne runde Ecken. Können wir sonst gleich auch nochmal ein bisschen anders gestalten. Jetzt ist es wichtig, dass wenn du jetzt rangehst und die Tabs gestaltest, dass du nicht jetzt hier diesen ersten auswählst, der wahrscheinlich standardmäßig bei dir jetzt auch aktiv ist. Weil sonst würdest du den Curance-Status gestalten. Und wir wollen jetzt erstmal eine Grundeinstellung für alle Tabs festlegen und danach den aktiven gestalten. Das heißt, ich springe zu diesem zweiten Tab. Und das ist jetzt Tabs-Nav-Item bei mir. Und den kann ich sozusagen jetzt hier auch einmal layouten. Wir geben auch mal die runden Ecken. Und dann machen wir als aktive Farbe, machen wir mal weiß. Beziehungsweise, nee, als Hintergrund machen wir gar nichts. Machen wir mal transparent. Als Copy-Farbe nehmen wir mal weiß. Und dann können wir diesen auch so ein bisschen, nee, den brauchen wir eigentlich gar nicht. Doch, dem geben wir jetzt auch das Gleiche mit. Und wir können es jetzt hier uns anschauen, dass wir, komischerweise hat er das jetzt hier gerade schon übernommen, so abgerundet. Ich habe da eigentlich noch gar nichts gemacht. Kann sein, dass es von dem rückgängig machen irgendwie noch drin geblieben ist. Wir machen jetzt hier mal nochmal 07EM. Oben und unten. Und rechts und links machen wir mal ein bisschen mehr. Wahrscheinlich 2EM. Und dann geben wir dem jetzt doch testweise mal so eine ganz leichte Hintergrundfarbe. Die will ich aber nachher eigentlich nur on hover haben. Und deswegen machen wir jetzt nur mal damit, wir sehen, dass wir hier auch alles richtig machen. Und wahrscheinlich, genau, der hat das jetzt hier auch übernommen bei dem Current-Status. Und den Current, ja, wollen wir im Prinzip eigentlich, das Einzige, was wir hier bei Current machen wollen, ist die Farbe dann zu schwarz wählen. Weil nachher, wir machen einen weißen Hintergrund, der sozusagen immer hin und her wandert. So, jetzt haben wir die natürlich alle noch so zusammengequetscht. Und das ist jetzt auch der Trick, den du wissen musst bei dieser Variante, ja. Wir bauen das jetzt auf für drei Tabs. Wenn du das aber erweitern möchtest auf vier Tabs, müsstest du entsprechend hier schauen, dass dir eben der Platz reicht. Weil ich nehme jetzt hier diesen Wrapper, mache hier einen Flexbox rein und sage, er soll das auch automatisch quasi stretchen. Ja, er stretchte diese Elemente jedes Mal über die volle Breite. Das heißt, jeder von diesen Tab-Navigations-Items ist gleich breit. Und das ist auch wichtig. So, das können wir jetzt hier auch mal zentrieren, wenn wir wollen. Wir lassen es einfach da anfangen. Aber wir sagen quasi diesem Tab-Nav-Item, dass er hier vom Sizing her, ja, standardmäßig ist da nichts ausgewählt, nimmst du hier dieses Grow if possible. Und dann nimmt er den Platz, der zur Verfügung steht und lässt sozusagen jedes von diesen Tab-Nav-Items so groß werden und teilt es gleichmäßig auf in die Kind-Elemente, die dann eben drin sind in diesem Flexbox-Element. So, das heißt, das haben wir schon mal. Jetzt können wir diesem Nav-Item auch nochmal Text-Center geben. Dann sieht es auch schon mal besser aus. Und wir wollen jetzt vielleicht auch oben und unten doch ein bisschen mehr machen. Machen wir mal ein. Ja, so passt das ungefähr. Und jetzt sieht man schon, was ich hinkriegen wollte, ist, dass der Abstand so ein bisschen ähnlich aussieht. Wenn ich oben jetzt auch einmache, dann sieht es komischerweise oben mehr aus. Das sind immer so ein bisschen, ja, Dinge, die man, glaube ich, mit dem Auge einfach machen sollte, wenn du jetzt ein bisschen mehr auf Design achtest. Entwickler geben dann stumpf überall eins ein, die nur rein Programmierer sind. Bei mir ist es ja so, dass ich da schon immer eher mit dem Auge zuerst gucke. Und das heißt, wir müssen oben und unten ein bisschen mehr reduzieren, weil es einfach eine optische Täuschung ist und die würde ich hier ausgleichen. Jetzt haben wir eigentlich die Elemente so gestaltet und das funktioniert jetzt auch schon. Wie gesagt, ist das der Standardaufbau, der natürlich auch okay wäre. Ja, wir könnten jetzt hier noch Abstände mit reinbringen und können auch den Hintergrund hier wegnehmen. Ist auch okay, ja. Aber es ist natürlich schon ein geiler Touch, wenn man das so ein bisschen wandern lässt und ein bisschen Interaktionen mit reinbringt. Fangen wir also an. Was brauchst du, um das mit der Interaktion jetzt machen zu können? Wir müssen einmal diesen Tab Snuff Item Position Relativ geben. Hat er hier zwar schon, aber wir machen das trotzdem mal mit zur Sicherheit hier mit rein. Das heißt, der ist immer relativ. Und jetzt gehen wir zu dem ersten hier hin und machen hier mal einen neuen Tab rein. Und dann geben wir jetzt einfach mal Tab Snuff Background. Habe ich schon angelegt, weil ich das ja vorhin einmal schon aufgebaut hatte für einen anderen Kundenauftrag. Und ich kann das hier nochmal alles rausnehmen, aber es ist im Prinzip ja nicht sehr schwierig jetzt für dich. Wir machen hier die Position auf Absolute und sagen, er soll immer in alle Ecken quasi wachsen. Also er füllt immer die komplette Breite dann aus von diesem Navigations-Item. Und das ist ja jetzt gerade 100 durch 3 quasi, ja. Und dadurch können wir sicher gehen, dass es immer so groß ist wie ein so Navigations-Item. Damit wir den Hintergrund jetzt sehen, können wir sowieso bei diesem Active, bei dem Current State, können wir jetzt hier mal die Hintergrundfarbe auch eigentlich rausnehmen. Die brauchen wir jetzt da an der Stelle nicht. Und wir nehmen jetzt hier den Hintergrund von unserem eigenen Erstellten quasi als einzelnes Element und geben dem einfach die weiße Farbe und natürlich auch erstmal auch hier diese Abrundung, ja. Und er gleicht sich das jetzt an. Wir müssen hier keine Paddings oder irgendwas eingeben, weil er füllt immer dieses ganze Item sozusagen aus. Das heißt, das haben wir schon mal. Jetzt können wir, oder das war halt in meinem Beispiel so, dass wir diesen Tabs-Nuff-Item, diesen Hintergrund hier nicht sozusagen standardmäßig mitgeben, sondern hier gehen wir wirklich auf Transparent, sondern nur ein Hover-State. Also wir wollen on Hover diese Farbe einblenden, dass es ganz leicht eben einen Hover gibt. Das könnten wir auch vielleicht sogar nochmal ein bisschen mehr reduzieren. Einfach ein klein haptisches, eine Rückmeldung, ja, dass du einfach weißt, da bist du, diesen Item, dieses Element navigierst du jetzt an. Und wir können dann, wenn wir wieder aus dem Hover-Zustand rausgehen, standardmäßig eine Transition draufsetzen mit All und dann auf 200 Is, passt, finde ich immer. Und dann haben wir, sage ich mal, erstmal ein Hover-State, damit man weiß, okay, wenn ich den anklicke, dann switcht gleich dieser Hintergrund dorthin. So, jetzt gehen wir und fangen an, jedem von diesen Elementen eine eindeutige Combo-Class noch zu geben. Das heißt, wir haben hier den Tabs-Nuff-Item-Current. Das heißt, der Curent ist ja automatisch von Webflow immer gesetzt. Wenn du da reinklickst, ist der nicht mehr sichtbar. Ich gebe jetzt hier mal 0,1 ein. Hier gebe ich die 0,2 ein bei dem zweiten. Und bei dem dritten gebe ich die 0,3 ein. So, wenn du jetzt mehr hinzufügst, ja, wie gesagt, musst du dann eben auch in der Interaktion, die wir jetzt anlegen, noch einen weiteren Punkt hinzufügen und entsprechend hier auch nochmal diesen Point mit 0,4, dass es auch eine eindeutige eben Combo-Class hat. So, und jetzt gehe ich rein und wähle diesen ersten Navigationspunkt aus, der auch gerade schon gehighlighted ist und gehe in die Interaktions-Panel rein und mache Element Trigger, Maus-Click, Start an Animation. Wenn wir das erste Mal klicken, jetzt können wir hier einmal reingehen und sagen, okay, das neue ist Tab-Nav-Move und dann machen wir 0,1, dass wir wissen, das ist jetzt die Animation für diesen ersten Tab. Es ist leider so, du kannst es jetzt nicht automatisieren, wenn du es mit Webflow direkt umsetzt. Du musst also für jeden Navigations-Tab eine Interaktion anlegen. So, du kannst aber natürlich dieses Element auf anderen Seiten dann auch verwenden. Also, trotzdem müssen wir das jetzt dreimal sozusagen anlegen, aber da ist nicht viel einzustellen. Wir wählen diesen Tab-Nav-Background also aus, der jetzt momentan ja auch schon da ist. Und das Einzige, was wir machen, ist einmal ein Move dranlegen. Und jetzt musst du ja so denken, okay, wenn ich jetzt auf dieses erste klicke, möchte ich, dass er an dieser Ausgangslage ist, ja, also 0%, genau dort, wo er momentan ist. In 0,5, dann machen wir jetzt hier auch mal eine Outquart, machen wir da Animation rein, weil wir müssen das ja anlegen, weil falls jemand von Tab 3 wieder zurück zu Tab 1 geht, möchte er auch eine Animation sehen. Und deswegen legen wir diesen Punkt auch an, okay? So, und jetzt ist wichtig, dass du hier, das vergessen dann manche, nicht only children within this class, weil momentan geht ja davon aus, ach ja, das ist ja ein Kind-Element. Nur bei dem, nein, weil das wählen wir auch aus. Das wird jetzt bei den anderen, wenn wir das immer duplizieren, eben wichtig, dass wir hier sagen, all elements with this class, ja? Also, dass immer dieses Element auch zur Verfügung steht, wenn wir jetzt hier sagen, wir gehen auf dieses zweite Tab, bzw. hier müssen wir nochmal reingehen und sagen, du bist bei Class Tab 01, also eindeutig. Und dann gehen wir hier jetzt rein, Maus-Klick, Start an Animation, können hier auch Class 02 auswählen. Und jetzt duplizieren wir uns nämlich dieses erste, was wir hier als Vorlage jetzt haben und können jetzt sagen, okay, das hier geht jetzt nicht 0%, ja, sondern wandert von hier 100%. Wie kommt jetzt also diese 100% zustande und warum muss man das jetzt nicht, sag ich mal, 100 durch 3 zum Beispiel machen, ja? Er geht jetzt davon aus, dass er von seiner Größe geht er aus. Er geht nicht von der Größe, die die komplette Breite von der Navigation hat, ja? Er ist ja immer so groß wie ein Navigationselement. Das heißt, du musst ihn jetzt einmal in seiner gesamten Größe nach rechts schubsen. Und das heißt, du gehst einmal, soll er 100% ist ja seine Gesamtgröße von dem Hintergrund und dann um sich selber schubst du ihn einmal nach rechts sozusagen. Das heißt, das passt. Dann gehen wir jetzt zu dem dritten und jetzt kannst du ja schon mal drüber nachdenken, was du jetzt hier einstellen würdest. Start an Animation, können wir hier jetzt Duplicate machen. So, um wie viel Prozent müssen wir den jetzt schubsen? Um 200, also zweimal die eigene Größe quasi nach rechts bewegen, so. Und das war es im Prinzip schon. Hättest du jetzt noch einen vierten Tab und einen fünften, müsstest du nochmal zwei Interaktionen anlegen und das dann jeweils eben um nochmal plus 100% eben rumschubsen, ja? Nach rechts, so. Das war es. Jetzt gucken wir mal rein, ob das funktioniert. Gut, das funktioniert schon. Wir haben einen kleinen Hover-Effekt und er wechselt auch von jedem Tab quasi zum nächsten. Wir haben einen kleinen Hover-Effekt. Wir haben einen kleinen Hover-Effekt.